Lass Xayah offen, wenn die Xayah picken, pick ich einfach rackern. Okay, dann bannen wir Skarner. Skarner, dann gehen wir. Ey, es wäre so neid. Och, Mann. Ich wollte gerade sagen, es wäre so neid, es wäre der jetzt Xayah pickt. Wenn die Xayah dann bannen, müssen wir doch mal überlegen, ob wir die Xayah abgeben wollen. Xayah? Jo. Ja, die haben ihren Main-Jungler gut, warum hat der auch Angst vor Männern niederliegen? Kann ich jetzt nicht sagen. Ach so, was spielt der an? Warte, ich guck mal gerade nicht zur Tatsache. Ich spiele so ein Tank-Dinger, normalerweise so Skarner, Sejuani und so ein Müll. Seju, Evelyn als zweitmeistgespielter Champion. Evelyn? Auch echt für... 70% Wunder auf Sejuani ist halt auch impressive, ne? Ja, und vor allem sind wir echt bad gegen Evelyn wahrscheinlich. Wir sind gegen alles, was so ein bisschen... Ach so, da war was, ne? Ech, ich glaub das nicht. War er Rakan hier? Gipi? Hast du's gemacht rein? Aber ich spiele Bad. Ich könnte abpicken, wenn er wollte. Ich bleib pick den auch. Ich könnte mit Gin gehen. Oder Bad jetzt erstmal. Ich würde eher Gin. Gib mir erstmal Gin. Ja, gib einmal Gin. Okay, dann lass mal noch einen Jungler nehmen. Was hat er grad nochmal gespielt? Ich würde am liebsten Jungle Counter picken, wenn er für Tanks geht. Okay. Aber wir müssen halt jetzt irgendwas... Kannst du mir noch Trash geben? Gib mir Trash. Ja. Aber dann geht er doch... Wir haben halt Timecatch gebannt, ne? Das ist echt schön. Jetzt können wir hier blinken. Ja, ich kann halt Braum gehen oder sowas. Passt aber. Aber selbst das ist Minerville. Ja. Okay. Ich überlege, ob ich hier wieder auf Magener mal wieder gehe. Ja, wenn ich für Braum gehe, können wir die auch einfach reinpushen. Magener wäre halt... Hätten Eltern die insane catch kommen, ne? Dann wären wir Back to the Roots. Ja, eben. So, das wäre halt das, was wir eigentlich können. Back to the Roots Sandstorm. Aber Nivea ist halt Magener ein gut. Alistar... Alistar nicht easy interrupt, Alter? No. Was picken wir gleich blind ist halt die Frage. Oder den Jungler würde ich halt dann schon... Ja, okay. Jetzt können wir ja Jungler, ne? Was willst du da haben? Ja, kann ich nicht. Ich, äh... Warte... Olaf ist doch richtig gut hier. Ich will echt keinen... Ich höre dich grad nicht. Ich will echt keinen Olaf spielen. Ich denke eher über Gragas nach, oder... Was ist mit Nocturne? Nocturne ist insane. Aber gegen Double Shot... Gib McCain. Gib McCain. Gib McCain. Okay. Nocturne wird wiedergebufft, ne? Ja, wo ein bisschen... Mh... Bummer den Weiger, bitte. Da habe ich keine Lust zu. Ich werde auch wieder Wladimir, dann kann ich einen Freedom Pick machen. Dex oder... äh... Nein. Oh Mann. Dann wird's Anivia light mit Morgana. I'm absolutely... I'm absolutely... Bad. Okay, also Midlane oder Toplane können wir ja Counterpicken. Ich denke mal, die werden eher die Midlane picken. Ich denke auch noch über eine Zoe nach, wenn der kommt. Hat so viel CC, auf denen ich Qs bördern kann, ne? Einer von uns muss ja bleiben picken. Jojo. Aber ich denke mal, die werden jetzt mit denen picken. Ach so, ah! Ich bin dumm. Ja, dann sollte ich besser blind picken, ne? Dann ist Zoe vielleicht nicht die beste Option. Kannst du mir Morgana geben, glaube ich? Morgana? Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Pick hier. Glaubst du, oder weißt du? Nee, ich überlege noch gerade. Corki wäre auch eine Option, was sagt ihr? Mit Morgana gerade mehr. Dann lieber Morgana. Gegen Seju Alistar. Ja, dann gib mir Morgana. Das ist Mordekaiser. Ups. Mordekaiser Lock-In. Ein schöner Mordepick, Alter. Da hätte ich mich jetzt nicht unbedingt auf der Mitteln gesehen. Du gehst aber Red-Cain, ne? Ja, natürlich. Außer ich geh 5-0 im Mordy, dann baue ich Blu. Oh, Johnny, du wurdest geflamed wieder für deinen Champion-Flo gerade. Das ist halt so ein Meme. Ja, ist so. Weißt du? Nur weil du das pickst, was gerade am besten reinpasst? Jedes Mal. Nur weil es jedes Mal Morgana oder am Galio ist. Jo, ist aber wirklich so. Aber ist halt wirklich so. Das Champion-Glas. Deswegen will Johnny auch immer irgendwas anderes picken. Pick Hockey. Ne, ne, du spielst Morgana. Alle immer so, nein, nein. Bleib ruhig. Und dann wird's ja lachen. Kein Champion-Pool. Jo, genau. Gib mir Jax. Nö. 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 Das war zu einfach gerade. Also hier. Spiel was anderes. Hier, wie wärst du mit... Wir picken jetzt Mordekaiser. Wie wärst du mit Lucian? Guck mir Irelia. Ne, Arthrox ist richtig geil im Kamil. Arthrox ist richtig scheiße im Kamil. Wunderbar hier. Ah, da sind wir andere Meinung. Wer ist denn da anderer Meinung? Ich nicht. Was war jetzt der Ersatz? So, ist Schlung. Arthrox gegen Kamil. Bobsola. Spiel's einmal in der Solocue für mich, Kevin. Nein. Okay. Nein. Für Lucian Peter will ich... Nein. Ne, ich nicht. Nein. Er macht's nicht. Nein. Na gut. Nein. Okay, beruhigen Sie sich. Alter. Ja. Project Gin? Einfach... Nein. SKT. Das war ne rhetorische Frage. Ich wollte einfach nur eure Meinung hören. Gibt's ne SKT Gin? Ja klar. Oh cool. Ich hab wirklich ne Scheiße gesagt. Wow. Project Gin ist der geilste. Ja, der ist echt geil. Genau wie du. Der ist ein geiles Skill. Denn Project Gin ist ein... Und dann... Hört auf damit, sonst fang ich das ganze Game wieder an. Dann die Idee. Und dann die Idee. Alles zu sagen, wie Herbert Grönig. Und die Ultimae. Ist eine... Gute. Und du. Ein Troll. Ist ein Troll. Ein Troll. Ein Troll. Ein Troll. Aber ich versuche es zu treffen. Aber es klappt einfach nicht. Jetzt bin ich los. Geistesbehinder. So. Mein Jungle ist klärt. Dumm. Jetzt komm ich. Ich hab alles versucht. Wenn man den eine Runde fortnimmt und ich finde fünf Minuten lang keine Gegende. Dann ist... Lass mal gerade mal ruhig sein. Und dann mal ein bisschen überlegen, was unser Gameplan ist. Wir haben wieder ein Top-Lane-Matchup, was Hard Snowballt. Aber wir haben diesmal auch eine Bot-Lane, die ziemlich gank Potential bietet. Ja. Wir haben Top-Lane und das Game is free. Wir sind auch gut gank. Das sind wir wieder. Na gut, dann spielen wir rund um die Top-Lane. Ja. Wir können auch einfach safe spielen, aber das ist gar kein Problem. Ja, man. Safe-Spiel macht richtig Spaß. Und damit herzlich willkommen. Es ist eigentlich voll dumm. Es macht mehr Spaß einfach zu spielen, für mich zu zu sterben, ne? Das macht richtig viel Spaß. Nee, macht Spaß mit einem guten Eddie-Carry zu spielen, zwei gegen zwei zu fliegen. Leute, habt ihr schon gesehen? Ich präg die Meter. Junge, Twin Shadows first. Nice. Nee, ist second. Alter, die Musik bei Project, die sind ja richtig sick. Dann glaub ich die Skipping-Spiel. Machst du normalerweise auf Porto, aber... Nee, nee, das hier ist first, Kevin. Juri, bugt bei dir der Schatten hier auch so hart rum? Hat? Könnt ihr mal aufhörst, scheiß zu labern bei Blue Warden oder Covern und nicht elated werden? Ja, aber Witcher läuft und dann über Slow Engage. Nee, nee, geht. Weil ich spiel ja normalerweise spiel ich ja immer das hier. Into Protobail. Weil Hexer geworden ist richtig strong auf Morgana. Du hast eine Boot gestartet. Jo. Weil ich insecure Eddie-Carry bin. Die Rangeline ist insane, der Slow ist insane und dann dieses Slow-Feld ist komplett dumm. Jo, ich mach Mrs. Tane. Hm. Okay. Ich hab doch mal ein Schild brauchen sollen. Nee, du hast dieses für Muttis. Klassische Boots-Start gegen Alistar. Wer kennt die nicht? Okay, na, ich dodge den Q. Mhm. Was sagt der? Call it now. Warte. Wer ins der 3. Gucken wo der Start ist. Wollt ihr faken unten? Bisschen? Warte. Machen, ja. Was? Inten? Wir haben keine Pause gemacht. Beruhig dich. Äh, kein Top-Start. Warte, ich balle mal hier so ein schönes Flee rein. Oh, die Pullen auch. Kommt. Ja, ich muss nicht mal Lasten, weil ich einfach Coil geschnallt hab. Ich bin so schlau. Die Pfe-Tippe. Die Pfe. Die Pfe. Die Pfe. Die Piehl. Mohini, die Pfe. My Rave-Management war bis jetzt. einfach mit grüßen und so das hat man ja der kann nicht bürzer seiner der wird gestartet ich werde am anfang immer ziemlich ziemlich reingepusht aber wenn du wirst gleich schaust die dinge kann schon jetzt da sein der portland hart prügel kriegt die woche nicht lange hinter mir kann die branche ein ne oder jo sie haben eine tor pushen Ja. Da ist er. Talia auch Richtung Topside. Ich mache das eben jetzt. Die hat noch Krabbe gemacht. War die oben? Ja. Den wollen wir nicht wohnen. Junge, hier die Mieten jetzt. Komm her. Push, push, push. Toppetits slow pushen zu mir. Ich würde gerne noch enemy Raptors haben. Okay, mach. Äh, Talia Mist. Ja, bot lane ist völlig fein. Pass auf beim Raptor. Die machen gerade nichts aus am Raptor. Pass auf, okay, ich move. Ich move, ich move. Dann muss auch Flash Q von Alistair auf, ne? Ja. Nicht, dass er das dematerialisierer Flash Q Play macht. Wer kennt es nicht? Äh, Alistair Mist gerade. Sejuva Botseite, die ist hier jetzt irgendwo. Gerecht geworden. Kommt wahrscheinlich was? Ja, ja. Vorsicht. Wollen nicht. Die haben Bock. Warte, die haben richtig Bock. Warte, die haben richtig Bock. What the fuck? Ah, die ist hier. Oh, lol. Ich muss flashen. Ja. Wird schwierig. Okay, das hat mich jetzt, äh, off guard gecatcht. Das hier, weil hier ist. Flasht Taliyah weiß ich nicht genau. Ich glaube in Taliyah nicht. Aber Seju Alistair auf jeden Fall. Hm. Okay, geht dann in Taliyah, ne? Ja. Ja, ist ja schön. Das ist Kami gerade. Wir resetten gleich. Ich liebe die Combo einfach. Ja, was hat die denn da drin gemacht? Rewarded, I guess. Strange. Ich habe Miner und Gold gerade. Gatlin wird vom Schubsbecken. Ich habe Taliyah vom Recon abgehalten. Die würde trotzdem base wollen. Ich habe wirklich gerade Pressure, wenn die, solange die nicht basen können. Was die nächstes noch hat pushen, da habe ich BF. Das wäre richtig nice. Okay, Taliyah muss jetzt base. Sie verliert auf jeden Fall in der Wave. Sie kennen ihn in der Wave. Gucken. Wir resetten jetzt gerade Bot. Bot ist natürlich. Passiert nicht viel. Wird die Lame wahrscheinlich preisen. Ja. Okay, Cidro an der Mitte. Level 4. Keine Buffs. Ich bin da. Ich gebe Mitte base. Der letzte Move. Ich gebe Mitte base. Cidro immer noch Mitte. Push zu mir. Ja, lass mal jetzt um Topline rumspielen, oder? Jo. Ich nehme ja noch Dings, wenn ich eh topside. Okay. Aber Alistar auch nicht. Also Taliyah ist jetzt 6 und hat jetzt gerade den Push, weil ich Base bin. Kann sein, dass die in Play probiert. Die Moves richten Topside. Bist du dive pro? Boah, da nehme ich halt alle Diving an. You are. Keep your French. Alter, wenn ich jetzt die Wave verliere. Ja, ich muss hoch. Ja, ich muss hoch. Ich muss hoch. Sieht mir ganz so nah aus, ja? Ja. Nach dem Weg. Ich meine, ich stehe. Ja, wir sind auf dem Weg. Drei Mann. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Wir können uns auch fighten. Ich bin ziemlich strong. Das Video auch noch fighten, ne? Taliyah, Knockback ist raus. Oder wir sind strong, ne? Ja. Kommst du weg, Johnny? Ja. Kommst du weg, Johnny? Schade. Ich kann halt versuchen, QBs näher zu treffen, ne? Das ist ja jetzt. Das funktioniert ja auch inzwischen. Ich würde wahrscheinlich noch für ein paar extra Clash-Hooks gehen. Ein Taliyah Miss. Immer noch. Die ist nicht wieder mitleiden gekommen. Geilte Hex-Clash-Blue-Bopp oder so. Kann sein, dass die dann red und wählen, ne? Ist ein pink drin? Ja, ich habe es einfach irgendwie gewohlen. Kannst du mir weg aufgeben hier? Ja, ich komme. Taliyah immer noch. Ah, Taliyah. Ich hätte nur einen Schatten. Ich hätte nicht den Blue bekommen. Kannst du mir weg aufgeben immer noch? Ich move top. Bin da. Okay, ist weg. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob die Vision hat. Wollen die dich? Weiß ich nicht. Die wird gleich für den B gehen, dann gehe ich rein. Okay, Moment. Hat er dir geflasht? Ne, ne? Hast du ein Watt? Ne, ne. Ich habe noch einen pink. Scheiße, was? Ah, Taliyah, Taliyah. Taliyah, Taliyah. Schau mal. Schade. Schade. Hast du? Jawoll. Huch. Also Stegel war im Red, ne? Die können auch gleich mitkommen. Pass auf. Ich werde resetten. Nice. Nice. Boom, boom. Das war richtig dumm, Alter. Jo, das war richtig viel Smet, ey. Geh mal hin. Jo. Wenn die B macht, macht sie nicht. Okay, geh weg. Stegel Bot ist sechs. Stegel Bot ist sechs. Ich geh weg. Sie geht rein, Alter. Da war ich süß. Äh, TP raus von Camille. Ist immer noch Bot. Nicht geflasht, glaube ich. Nee, klar. Die wollen eine Flashlosigkeit aus. Dann sind noch sechs. Kann sein, dass sie sogar diven wollen. Ja, ich kann... Die wird den Blue-Buff machen, ne, ja. Kann da hinmoven? Oh, ne, Stegel ist noch hier. Den Blue hätte ich so gerne. Ich hab aber wieder übel viel Space zum Power-Buff haben. Ja, die Invade, die Invade-Man-Blue. Hm, kann die Bot-Lay-Move von uns? Ja, wir haben eben nicht gekleert, ja. Wir sind da. Na, ich bin auch am Weg. Ich hab jetzt keine Uli. Ich kann mich, äh, Talia schon. Ich würd sagen, wir geben den ab, oder? Warum? Okay, okay, dann. Die gehen auch raus, glaube ich. Die machen den gar nicht. Okay, nice. Talia hier. Talia ist hier. Nice. Seht ihr immer noch hier? Doch, doch. Die machen den wieder. Ich hab mittlerweile halt die Wave, ne? Ich muss erst hier. Ich geh raus, ich geh raus, ich geh raus. Ah, drop den einfach. Jo, ist nicht so wild. Dann recall ich eben für Movi-Woods. Dann recall ich eben für Movi-Woods. JJ immer noch Bots-Zeit? Ja, deshalb soll ich jetzt wieder fräschern wahrscheinlich. CJ und Talia können auch immer noch für ein Dive für dich kommen, ne? Ja, true. Aber die Talia ist halt super farbig. Die darf eigentlich nicht noch Waves abgehen. Ich hab hier Fallen verziehen. Okay. Nice. Ja, die ist auch Mitte. Ich bin echt weit vorne mit-Lane. Kann das auch gut snowballen ab jetzt. Ull den 14 wieder ab. Wir können Top-Lane reifen, glaube ich. Seht ihr Mitte? Alistar auch Mist, Alistar auch Mist. Ja, ja, ist fein. Seht ihr kann da Ull? Nimmt nur gerne Ull. Dann kann ich hochkommen. Ja. Wot ist Mist? Wahrscheinlich Base. Äh, CJ und Talia wahrscheinlich jetzt Richtung Blue. Fuck. Muss ein bisschen aufpassen oben, ne? Mach mal die Krabbe. Mach mal die Krabbe. Oh, die haben mich gespottet? Ja, ja. Wird die Krabbe gerne machen. Also mach sie. Ne, ne mach ruhig. Perfekt prepared. Elisar kann roam. Vorsicht, Elisar kann roam. Alles ready. Die will für mich? Ne, ne, die sieht doch nicht. Elisar ist da, Elisar ist da. Oh, schade für mich. Okay, dann. Okay, ich komme. Okay. Ja, sorry. DJ all around? DJ all around. Kann ich die Blue machen? Ja, die ja wohl draus. Ja, ja, ja. Ganz, ganz, ganz easy. Ja, ich... Gatlin ist auch Mist, die könnten Drake machen. Ich push jetzt. Also wir müssen auch mit rechnen, dass der Supporter immer noch irgendwo ist, ne? Kann jetzt Top-Lane-Dive kommen? Ja, ich push die Wave von dann. Ja, ja. Okay, wir spielen weiter am Top-Side-Botland. Ihr müsst einfach safe. Leider, das sehen wir hier irgendwo kommt. Ich wollte mal hier hin. Der hier hat immer noch keine... Du fängst an zu tanken, ne? Ja, ja. Okay, ich komme. Ich move auf, als Tadier move. Ich ping mal hier rein für den Dive, ne? Hast du raus? Alter. Okay, Tadier muss. Ich komme raus, aber. Swerver tank jetzt. Fuck, oh, die shit. Ja. Ah, ist worth. Ich habe wieder Stacks gekriegt. Oh, ja. Ist auch viel worth. Hast du deine Forms noch? Äh, ja, noch einmal. Okay, nice. Ne, war okay. Einmal noch hoch, dann habe ich sie. Das war ein bisschen fucking erneuern positioniert von mir. Wie lange der Botlin fein sei, das... Naja, Botlin ist mega fein. Wir sind so lange fein, bis wir nicht fein sind ungefähr. Okay, alles klar. Also ich bin mit deiner... Oh, ich bin mit deinem Wischung. Alistair mit, doch? Lol. Alistair hat hier irgendwo gewartet irgendwo. Ja, die Caiting pushed halt den ganzen Tag und dann geht Alistair mal. Bitte wird gepusht. Oh, fucking. Ah, das ist so unnötig. Ich move mal, bitte. Seatou kann nur hold. Alistair, move bitte. Oh, ich komme hier! Seatou kann nur hold. Ich move auch, ich move auch. Oh nice, meine Flasher aus. Good job, ja. Talia hat immer noch Cleans. Ich kill die damit dann gleich wieder Solo. Kannst du mir helfen, Topside hier irgendwo zu borden, Anerklin? Ja, klar. Wenn wir rund um Topside Vision haben, kann ich die Abbau all den. Kann auch mitbekommen. Musst du Base, oder? Nö, nö, ich geh nicht. Wir werden wahrscheinlich hier drin chatten. Wir sind immer noch Botside, Digils Botside. Top ist Cleared. Kami war hier gerade eben. Kann. Oh, noch Hälfte. Könnt ihr Top direkt nehmen, hier? Kommen sie? Ja. Direkt. Tadier ist Base. Alistair wieder Mist. Kann ich die Stecks kriegen, bitte? Da kommen sie. Jawoll, da haben sie. Den Juicy hab jetzt Stark in Form, was für richtig nice. C2 Top? Talia auch? Ne, C2 ist Mitte. So, ne. Der hat keinen Flash. Aber nein, ja. Der Cleans aber ab. Bot wieder Mist. Hier wird es Infinity, wenn ich Base kill. Wir haben keinen Grund, Base Union. Außer wir gehen Base. Sind das für Aussagen? Was denn? Die ganze Zeit so. Achso, ne. Ich hab ihn gerade falsch verstanden, oder? Wir haben keinen Grund, Base zu gehen, außer wir gehen Base. Wir gehen Base. Das ist okay. Ja, ich hab' ich im Nachhinein erst gemerkt. Kisitos Bots? Kann sie noch eine Wave pushen? Kann ja auch hier und dann näher? Na, tschuldigung hier. Dann kann ich auch keine Wissheit bekommen. Das ist bitter. Wenn wir jetzt Base team verlieren wir den Chirot. Bin Botzeit zum Covern. Oh, ja, schwierig, schwierig. Hier ist es geworden. Wir haben jetzt Item nach. Seht ihr schon bei mir? Oh, ich bin so fucked. Ja, kein Flash. Nice. Nein. Oh, der Hero-Move, Alter. Ich liebe dich. Leider trifft er seine Weh nicht, um mich auch noch zu saven. Warte mal. Der war jetzt auch richtig Toxic. Also Leute, er hätte ich rausgemusst. Ich dachte, ich könnte die Krabbe noch machen. Ich schau, ich hab den Liam noch gekriegt. Echt? Ach, nice. Ja, ja. Na, ich muss... Moment, Alistair mit. Ja, dann war gut. Ich bin ziemlich strong, Alter. Also... Jojo, du bist echt gut dabei. Ach, dieser eine Mittling-Gang, ne? Finde ich richtig. Held ist er hier in Dive-Position. Ja, so wird es weg. Okay. Du hast kein Mana-Ferord, ne? Ne. Würde aber auch nicht spielen können, er ist einfach blocken. Wie... Kannst du schnell in den Top kommen? Damit wir schnell noch den Turm holen, bevor die stoppen? Jo. No way. Und Talia hier? Und Talia hier an der Seite? Ja. Ja, die sind jetzt so in 15 Sekunden sind die bei euch ungefähr, ne? Talia kann zuerst von Mitte mögen. Seht schon, top. Talia gleich auch. Was ist noch? Was noch? Botlin ist jetzt gleich da, ne? Ja, Turret haben wir nicht. Aber 1, 2, 1, Trait nochmal. Das ist nicht so bad. Oh, sorry. Wir sollten wahrscheinlich stoppen. Ja. Wir sind 2B2 völlig fein. Drei Top, drei Top. Wollen nicht dive'n. Ja, der Turret ist wahrscheinlich voll. Nice. Wollen wir nicht dive'n? Hallo. Auch wenn ich da wäre, könnten wir uns dive'n. Was ist denn der nächste? Ne, ne, geht mal bottom, geht mal bottom. Oh, Midlane TP. Komm, komm. Ja, bin unterwegs, bin unterwegs, bin unterwegs. Ich kann auch. Ah, nein. Oh, shit. Oh, der Verklose. Du bist halt trotzdem gestunt. Jo, richt'n Linker da. Äh, Infernal ist halt abzune. Nein, der hat die Golems'n gepullt. Oh, Mann. Das heißt, die Top 4 Cs 2 wollen. Ja, die gehen Mitte wahrscheinlich. Die sind vier auf einmal. Oh, die kriegen gerade echt ziemlich viel. Ja, müssen wir ja ein bisschen aufpassen. Ist auch, ne? Denkt es? Oh, ja, gut. Ja, na, na, na. Kann ich jetzt nicht so viel machen. Außer nicht dastehen. Okay. Okay. Ja, lass uns ein bisschen aufpassen. Infernal, ne? Ja, ich bin unterwegs. Aber ja, ja, kriegen die. Sato, du wirst gesehen, so ungeulted. Du wirst flash'n'Gash und ich sterbe. Einfach nur, weil ich nebenbei mit angegriffen wäre. So eine Scheiße, Alter. War das Flash von Sato? Nee, aber von Alistair. Okay. Die sind nur mit einem Mann beim Infernal, ne? Nee, zwei. Kamil ist auch da. Okay. Können wir delay'n? Okay, ne, ne, ne. Mit dem tut das Wetter ziemlich low. Oh, die stand so schlecht. Na ja, wir wollen das jetzt spielen. Ich kann die Mitlein engagen, wenn du willst. Ich bin gar nicht da mit Ult. Hier ist Ultrange gerade. Okay, leider meint. Los, kein Flash. Shit, ja. Ich kann auch Cycling grad auf gar keinen Fall facen. Ja, ich kann easy. So, ich top Kevin? Lass ich noch bei Black Leaver kriegen, dann 1v9. Was sagst du Kevin? Ich, ich face Kamil. Also, ich geh top, ne? Wobei, ne, die geht jetzt. Ich geh mal brutt. Ich glaub, die geht top, weil die hat kaputt rausgepusht und ist gepackt. Die Wave. Ich würd mir ja die Urlaubs nennen. Okay. Ich hab sowieso immer so Schiss, dass ich die in Stile mit dem Auto weggekomme. Ich glaube, wir müssen da rein. Ich guck mal, dass wir ein bisschen forksy verplacen und sind jetzt hier. Ja, ja. Wie gesagt, ich fahre noch kurz Black Leaver hier, die picken und dann können wir was machen. Und wir sollten auch noch zwei Adams noch warten, ja. Wir wollen halt in der Mitte Turret. Kann sein, dass die schon am Dings sind. Ich geh dann wahrscheinlich noch kurz in zwei haben. Jo, die sind hier dran, die sind hier dran. Und der meint. Ja, das ist das auch around. Die hat hier gewaald. Ich mach Botten. In der Mitte. Geben wir den Turret noch ab. Können wir deathen? Ich mach Botten, gleich den Slowpush und dann move ich. Geben wir den ab, den Harald, oder? Ja, ja. Ja, ich probier einfach Botten. Da können alle gleich sein. Beidens zielig. Ich nehm die Wave. 4K. Geben wir da weh gleich. Achtung, Kamil kann ich engagen dann. Die haben leider gewartet. Okay, ich krieg Botline auf jeden Fall Damage. Wait, what? Hast du letter letter? Nein. Boah. 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 Also hier gibt's mit... colours. Man hat die Harald gelandet dann. ádgeist. Was ist denn jetzt passiert? щet. Boah. Ey, das wird für �illance gehen. Schön auf. Okay. Ich hab leider den Weg aus Rom genommen. Komm mal, komm nicht mehr durch Shit Hm Nicht rennen Ich kann da rein Kevin Wenn ihr Bock habt Ja Fuck Oh bis seine Trap gelaufen wird Ja, ja, ich muss doch Geht hier noch? Nice, weiter, weiter, weiter Ich bin gleich da Hast du weh gleich, hab du noch? Ne, hab ich grad gejustet 8 Sekunden weh Das hat keinen Flash, aber ist gut Die sollen den Turret kriegen Ich renne bottom, krieg ich nicht, oder? Krieg den Turret ohne mich? Top ist ne große Wave, willst du nicht da? Der ist fast load down der Turret Guck mal hier, komm hier Ich hab mir halt das Free Gold lieber unten Top krieg ich nicht Okay Oh mein Gott Hast du mein Leben, Alter Wie hab ich den Flash denn nicht geschafft? Komm nicht wieder am Leben? Hat TTP Kann die uns flank? Ich hab dich dann gleich da gedeiht Was gibst du da, also? Okay, lass probieren Die join the down, oder? Nein Okay, Camille top Können wir hier in lane ward? Okay Nice Ich gebe es Ich bin echt ziemlich, ziemlich fett, Alter Also, ich mach viel mehr als die Talia Wenn ich Falken, da bin ich auch ganz gut Weil ich bin halt aktuell CC-Wortler Das kost Mach schon kurz vor Blades Dashes haben, ne? Die können ihn rushen Holy shit So Ich könnte irgen Ich hab kein Blutwink, bitte Ne, die Talia ist in der Mitte Die haben keinen Mounten Ja, einer ist da, glaub ich Ja Ja, Talia moved In Grand 4K Oh, ist weg Oh, mein Gott Man Warum fällt mir sowas immer erst so spät auf? Hm, naja, werden wir alle in Hörner Muss man halt daran denken Fuck Naja, wir können das trotzdem Deffen Vielleicht sogar Ich glaub ihr dürft halt nicht Ah, Mitte Tom ist weg Ja, ich weiß nicht, ne? Wir können halt ein bisschen rein wave clear Ich kann auch mal wieder checken Vielleicht bei den Dingen auf dem Carry Pushen gar nicht, pushen gar nicht Ja, denk schon 100 Gold für Falcon Ach, sag doch Sag doch, was hat mein Junge Hier Wölfe Ah ne, andere Klipport Gold Oh, noch 350 habe ich played schon mal? Kann auch, to be honest, splitten, ne? Ah, wir kommen nicht jeden Ah, wir kommen nicht jeden Die gehen halten, die mit einbauen Ja, die können wir jetzt wahrscheinlich Wobei, ich weiß gar nicht, wie wir alles ready haben Morgana, Trashlentern, Flashes und so weiter So ist es eigentlich passen Oh, der wird angang? Die rotieren alle gerade runter Die rotieren alle runter Die rotieren alle runter Ja, ne, die rotieren Äh, das war ein 2 Ich hab mir noch nicht getroffen, dass ich hier gehabt Schade Ist die gechunked? Die base, also half HP Muss auch kurz resetten Ich hatte auch noch keinen Lifesteal Der Blade Up Ja, war's fein Wir delayen die Nash Die können bitte nicht Ich bin nice Nice, die sind weg Die sind weg Kein Nash-Baruch Drake, ne? Drake Ja, hier gehen topside Wollen wir topside für Drake trainen Oder wollen wir versuchen zu contesten? Oje Wir versuchen zu contesten Ich muss eigentlich basen für Watt Die sind noch nicht da Die sind noch nicht da Hast du mich basen? Ich hab ult erst in 20 Wir haben halt noch 2 Minuten gerade Ah, was habt ihr für Watt? Die pushen noch nicht, die geben mir die Waffer für Familie macht Blue Ja, die spielen das gerade super bad Hier kommt die Italia? Ja Pass auf, die kommen alle Tim Du bist tot Fuck, ich hab 3, 2 Sekunden Ich hab nicht gesehen, dass die alle kommen Besser ohne sie tot Wollen wir auf die Italia versuchen? Ja, die sind alle zu nah Wirst du risky? Lass einfach Kevin fahren Ich versuche nicht mit dein Platz zu fischen Dumm Nice, die hat gerade keiner Spreff die Wave Double Infernal jetzt, ne? Hotline? Das ist ja Klapp-Tölbchen wahrscheinlich Ah, wir sollen ja gucken, dass wir Mitte nicht verlieren Wir können unengaging Wir brauchen beiden Dings Ja, ruhig kommen Gerne Seite Komm da drauf Pass auf, pass auf Pass auf, pass auf Was? Das kommt nicht mal mit der Ult, alter Ja Ja gut, keine Ahnung Ich glaube, das ist dumm Auf der Alistin Wer Alistin? Der mit der Und mit dein ist raus Gepusht Wir sind halt fucking behind gegen zwei Tanks Das ist halt Rot Ohne Tanks Ja, da wird super schwer Eigentlich viel stärker als die Seju, aber ich komme halt Keine Ahnung Ja, aber die Team Bomb geht um die Team Bomb nicht um den Champs Also, um die ideuelle Werke gerade Ahja Deren Team Bomb ist aber zehnmal besser gerade als unsere Weil wir behind sind Wir haben kein Damage auf dem ADC gerade gegen die Wir haben Mitte kein Damage an gefühlt an Tanks Ja, das ist halt Ja, wie gesagt, unsere Combo wird halt nicht besser Eher schlecht gerade Ja, deswegen sag ich ja Irgendwie über einen Splitpush müssen wir halt gewinnen Anders sehe ich keine Chance Jupp, ich sehe das genauso Also, aber ansonsten halt irgendwie Wie Hook Catch So, aber Alistar Citroen Ich stehe halt einfach immer davor Okay, die er genübt halt die ganze Zeit auch Sehr viel Farm Es ist dies mittlerweile wie das selbe Das selbe CS, dann macht der dann einfach mehr Wir wollen Mitte, pass auf irgendwie Irgendwas können die machen Wir werden jetzt erst mal ausgedauern Und dann können wir die weiter easy klären Die wollen top Die kommt zu zweit top Kommt die Talia? Pass auf, die sind immer noch, na? Pass auf, sie sind da, ne Johnny Ja, ja Flash von Talia Mach auch was Ich bin hier rein Nein, die Lantern ist ausgelaufen Oh mein Gott Warum hast du mich, lol? Nice, ich hab Kate Ist das raus Blacksheet für Scheiße, aber doch Nice Katelyn ist auch low Good job, Tim Oh, das war so ein godlike play eigentlich Und genau dann läuft die verfickte Lantern aus, man Gut Job, man Das war, das war richtig Alter, der Fight war perfekt für mich Ich kam da richtig gut durch Jo Fuck, immer vier Mann Noch gab's Jo Weiß auch nicht Er war so schön wie alle meinen Snare-Dodged und Kate Die nur so Wait a second Mein Gott Ich bin ja ADC Ich sidestep doch nicht Ja, die hast QSS auch, ne? Die hatte gerade QSS Wenn ich nach dem Fall halt Base gehe, Alter Huuu Wenn ich nicht instant komplett gebürstet werde Ich mach komplett wie Nein den Pfalz Ich glaub die haben keine Chance Ich hab jetzt so viel CC Ich bin Kein Jungle Appelar So, dachte ich brauch gerade, lol Eine Minute Nash wieder, ne? Da müssen wir aufpassen Jo, ich hab jetzt auch Sonja, dass ich Kann da auch easy in die Backline treiben Mach die Krabbe noch schnell Kannst du viel mit dem Wett anfangen, äh, Tim? Schon, ja Dann nimm du den Aber ich hab halt jetzt kein TP Mich ist ja nicht so useful Hier ist ein Peak-Bot Jo, ich weiß 45 Wir auch Ja, so ein bisschen fighten wir auf den Base Lang und Dirty Da war ein Ward Jo, lang und Dirty ist echt geil Lang und Dirty Pass auf, ne? Ich bin Base Wir werden euch Jo, wir haben 30 Sekunden auf Nash, ne? Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Setup Toplan ist, ne? Bist mal auf wegen Lantern Kann jemand Toplan mit mir gehen? Alleine schaff ich, die kann mich diapen Also, ja, ja Aber wenn die Nash anfangen wird's für uns halt echt schwer, ne? Wir werden halt anfangen auf jeden Fall Ja, ich hab noch was zu besitzen Kann halt zu leicht auf uns da engage'n Ich saug mal zu euch, aber fucking Bottom wird halt irgendwann Haben wir die Bühne noch ein zweites? Ja Ah, wird tricky Steht alle auf dem Wort, ne? Wann ist der scheiß ab, ey? Ja Wir wollen mal mehr Sweeper, wir haben schon wieder nur einen Pass'n halt Geh wieder die nächste Wave hier Pass auf, die wollen jetzt wieder Von oben engage'n Kann man nicht, pass auf Lass' dir, du bist was? Komm' man da raus? Komm' man da raus? Jo Ich glaub' man Endes dort auch raus Ah, ich hab' hier kann man wieder am Arsch Du hast Spider-Man Außen Ohne Flasch bin ich Ob er gespiffelt oder was? Ja, ein bisschen Was an Na ja, der Call kam aber wir Okay, ja Ich werde der Hero sein, Leute Geh, ist auf jeden Fall warded Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, oder auch nicht Na schon Ich will das schon ganz zahl Ich glaub' nicht, komm' man Kann man vielleicht machen? Oh, Alter, muss ich vielleicht machen? Oh shit Öh Die Catelyn so Warte mal Ne, ne, die haben bisschen viel Interrupt Minimal Minimal Nein Ich hab' Top-Hard-Push damit wir ein bisschen Nash-Zeit kriegen Brake ist halt auch wieder ab Wir können halt nicht Split-Pushen, ich zerstörte Camille 1v1 Das Gute Wir müssen das Gilt Hard-Engaged werden Kannst du hier machen? Ja, ja Wird der Mid-Tyrid gedebbt? Ich glaub' mir nicht, da war Wenn die uns so die Waver nehmen lassen, dann ja Aber an sich nicht so Ne, eigentlich nicht Den Dino zu dritt, Thalia könnte runter zu dir kommen Thalia top, ich geh top Musst du base'n, oder? Ich kann die top eigentlich grade Ich glaub' ich ja Ich glaub' ich ja Ich glaub' ich ja Ich kann die top def'n Ich kann top def'n Ich kann top def'n Komm' ich komm' mal Seju Komm' mal Nimm die Seju einfach Nimm die Seju einfach Nimm die Seju Da war's mit dem Schott Ja Ich hab' gewartet Dui Dui Ich bin halt Ich brauch' Spawner Gold Dann äh Also ich fähr' da hin Also ich geh' da hin Also ich geh' da hin Ich hab' gar kein Gold mehr Ich bin fast Ich will noch mit die Wave annehmen Dann hab' ich äh Wenn ich dann Seju ulte, bin ich nach wenig Leben, die da vorläuft Ich bin top da Ja Ist noch nicht da, ne Nach Base Ich komm' jetzt gleich Auf'n Weg Machen wir das Twin Shadows Wollen wir hier bitte? Oh, ich bin in der Nähe Ich kann dich voll und Was wär' denn locker da drauf Der Win läuft jetzt jede Sekunde aus Neun Sekunden Nice Warte, 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 brauchen grad gar nicht so viel Pfosten Wollen wir Bindings wieder ab und hoch? Bindings ab Ich glaub' aber Ich seh' mich da irgendwie gleich Jo, wenn du irgendwie siehst Von da hinten irgendwie Jo? Ob ich sieh' Johanny, sieh' Johanny Pass auf da, Tim Jo, ich bin fein Ich nehm die Bot Game Wave an Jo, ich nehm' die Ch-ch-ch-ch-ch immer ruhig Ich nehm' top an Oder wollen wir weiter ch-ch-ch Nee, wir können halt die Tanks schmerzen Weil ich hab' fucking soviel 2 damage gegen die Ja, ich hab' auch gleich das ist Pass auf mal auf, du kannst trotzdem von Kamele gecatcht ja Ja Lass' mal bitte den Blut für mich machen Ich hab' jetzt auch Level 16 und Flash Hab' ich keinen nächsten Fall Einfach hart in die Backline Diven Wenn die Seijo-Hut raus ist, geht mein Blackschritt immer an Kevin Solange die Seijo-Hut ab ist, geht's halt auf den, der sich powert Ich bin 100, Gott lass' das war Ich warte mal auf die Raphs mit zu rüsten Ja Ich bin jetzt eigentlich auch recht zufragen Ja Ja, also Tim Spielt halt den Solo Lane Part Also ich bin nicht so strong Das ist nicht so wild Also ich hab' meine Cores Ja, wenn du sagst dann Ne, ne, ne Das ist besser für die Goldverteilung Wurde's nur War keine Kritik Glaub ich nämlich auch Also ich bin ziemlich strong Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß Nur nicht, dass ihr den Heavy Damage jetzt von mir erwartet Jojo So viel CS fließen hier nicht rein Kommt der raus Kommt der raus Ich stimm hier raus Ich stimm hier raus Ich stimm hier raus Kamele 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 Wo kommt Nice Allgeflayed Mim die Tanks Mim die Tanks Was auf dem? Oh, der Full-H-Speed Geh, auf die kenne die fight noch verloren ich habe echt keinen locker mehr getroffen auf die ich bin zehn ab aber ich kann keinen scheiß noch aber immer um keine ahnung so ein millimeter eine pimmelgröße abstand von caitlin Okay, können wir ein bisschen über Sums reden, die gerade geburnt wurden? Keine Ahnung, viele glaube ich. Wir werden halt jetzt Nash gehen, ne? Einfach mit Double-Indip spielen. Also die Siege macht halt in den Fights nicht mehr viel, ich gebe Solo einfach das Blacksheet. Können wir gerade eben einfach mal rushen und wieder forcen? Weil die Wave steht hier eigentlich ganz okay gerade. Einfach mal passiert? Ja, das wird auch. Ich glaube, das ist das Beste. Okay, wir werden jetzt in den Oberzeitenfall. Wir werden ja richtig gebumst. Wir gehen da hin und forsen hat einfach und schauen, was passiert. Vielleicht nicht ganz so zu zweit direkt. Na 18 hier nach. Ihr könnt es auch theoretisch starten. Ich glaube, hier ist es natürlich tanky. Den Vision holen hier und dann... Oh, sogar Cedrania, so was können wir hoffen. Da kommt gerade ein Slow. Oh, nicht den Suchen natürlich. Das starten, das starten. Jan, Full Damage, Full Damage. Wir turnen. Wir turnen hier auf die Kami. Kami, Kami hier. Die hat abgebrochen, abgebrochen. Auf Seju, auf Seju. Das hat uns komplett kaputt, Alter. Ich habe halt Baron Agro so. Das ist halt ein bisschen mau. Ja, wir haben es durch. Schade. We tried boys, we tried. Ja. Wie geht? Wie geht? Wie geht? Ein einziger Chance. Ja, ja. Aber ich glaube, wir hätten aber doch versuchen können, zu laufen. Aber gegen Nash und Double Indip kannst du halt auch nicht splitpushen so. Und den Team halt dann verlieren wir. Ja, ja. Schade. Ja, ja. Und wir waren halt nur alle, die halt Agro-Getackers weggesprungen. Ich habe halt 1000 Damage von Burbank gekriegt und bin debuffed. Ich glaube, das Problem ist halt auch wenn wir Jhin und Ganna gleichzeitig picken, haben wir halt einfach echt wenig Damage auf die Tanks. Muss man ein bisschen aufpassen vor der Kompon. Ja, Jhin lohnt sich nicht, wenn wir nicht um Bot lane rumspielen. Der ist einfach, wenn er behind ist, macht er so wenig Damage. Der ist halt übelgeil, wenn man um Bot rumspielt, aber wenn nicht, dann... Ja, ja. Das weiß ich dir glaube ich nicht. Ich glaube, wir sollen nicht um Bot lane spielen. Ja, nee. War ja kein Vorwurf, ich meine ja nur. Ich glaube nicht, dass Jhin effektiv ist, wenn wir nicht um Bot rumspielen. Ja, ich glaube, wir haben uns ein bisschen in der Pick-Band verloren, wenn wir nochmal so einen Draft... Also wenn wir einen Draft ein bisschen besser machen, glaube ich, machen wir die schon, weil eigentlich lief es ja wieder gut. Wir hatten ja wieder unsere Win Conditions da, nur weil wir halt equal oder ein bisschen behind sind, haben wir im 4 gegen 4 halt echt keinen Spaß so. Wollen wir denn dann übernächstes Spiel quasi 8 in 1, wenn wir auf der Seite sind? Weil die hat halt immer Winning Lane quasi. Ja, können wir mal gucken, aber ja. Also prinzipiell sollten wir das schon eher machen. Ja, aber jetzt haben wir ja für einen spontanen Evelyn-Band gegangen. Wenn wir nicht im Bot rumspielen sollten wir das machen, ja. Ja.